Märchen von den Gebrüdern Grimm Der Fuchs und die Katze Es trug sich zu, dass die Katze in einem Walde dem Herrn Fuchs begegnete, und weil sie dachte, er ist gescheit und wohlerfahren und gilt viel in der Welt, so sprach sie ihm freundlich zu. Guten Tag, lieber Herr Fuchs, wie geht's, wie steht's? Wie schlagt ihr euch durch in diesen teuren Zeiten? Der Fuchs, alles hochmutesvoll, betrachtete die Katze von Kopf bis zu Füßen und wusste lange nicht, ob er eine Antwort geben sollte. Endlich sprach er, »O du armseliger Bartputzer, du buntschäckiger Narr, du Hungerleider und Mäusejäger, was kommt dir in den Sinn? Du unterstehst dich zu fragen, wie mir es gehe? Was hast du gelernt? Wie viele Künste verstehst du? »Ich verstehe nur eine einzige,« antwortete bescheidendlich die Katze. »Was ist das für eine Kunst?«, fragte der Fuchs. »Wenn die Hunde hinter mir her sind, so kann ich auf einen Baum springen und mich retten. Ist das alles?«, sagte der Fuchs, »ich bin Herr über hundert Künste und habe überdies noch einen Sack voll Liste. Du jammerst mich, komm mit mir, ich will dich lehren, wie man den Hunden entgeht.« In dem kam ein Jäger mit vier Hunden daher. Die Katze sprang behennt auf einen Baum und setzte sich in den Gipfel, wo Äste und Laubwerk sie völlig verbargen. »Bindet den Sack auf, Herr Fuchs, bindet den Sack auf!«, rief ihm die Katze zu. Aber die Hunde hatten ihn schon gepackt und hielten ihn fest. »Ei, Herr Fuchs,« rief die Katze, »ir bleibt mit euren hundert Künsten stecken. Hättet ihr heraufkriechen können wie ich, so wär's nicht um euer Leben geschehen.«